Europol warnt jetzt vor kriminellen Banden, die negative Corona-Testbescheide an Reisende verkaufen. Und Sängerin Adels neustes Album könnte einen ganz anderen Stil haben als die bisherigen. Und ich verrate euch jetzt bei PUSH am Vormittag, warum. Achtung BetrügerInnen unterwegs. Europol warnt Reisende jetzt vor kriminellen Banden, die an Flughäfen und auch im Internet gefälschte Corona-Testbescheinigungen anbieten. Mehrere Verdächtige wurden schon festgenommen. Sie hatten Reisenden in Spanien, Frankreich, Großbritannien und auch den Niederlanden gefälschte negative Tests ausgestellt, wie die Europäische Polizeibehörde am Montag mitteilte. Wegen der weitverbreiteten technologischen Möglichkeiten können diese Fälschungen in hoher Qualität erstellt werden und sind somit schwer zu identifizieren. Am Pariser Charles de Gaulle Flughafen zum Beispiel wurden schon letztes Jahr eine Bande festgenommen, die für 150 bis 300 Euro Fake-Testbescheinigungen angeboten hatten. In Spanien kam man sogar noch einfacher daran. Ein Mann wurde dort erwischt, wie er in Chat-Gruppen gefälschte negative Tests für nur 40 Euro vertickte. Ja, so dreist. Für Menschen mit Flugangst oder Klaustrophobie ein absoluter Albtraum. 15 Stunden und 36 Minuten in einer Blechbüchse ohne die Möglichkeit da rauszukommen. Aber ohne Angst ist das einfach nur beeindruckend. Die deutsche Fluglinie Lufthansa hat jetzt nämlich den längsten Nonstop-Passagierflug in der Geschichte ihres Unternehmens vollbracht. 13.600 Kilometer haben sie insgesamt zurückgelegt, also von Hamburg bis in die Militärbasis Mount Pleasant auf den Falklandinseln im Südatlantik. Die Crew und auch die 92 Passagiere, die mussten vor dem Abflug für zwei Wochen in Quarantäne. Die Passagiere sind ForscherInnen des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts und auch die neue Crew des Forschungseisbrechers Polarstern. Die werden in den kommenden zwei Wochen im antarktischen Weddelmeer herumfahren, um Langzeitdaten für Klimavorhersagen zu sammeln. Ja, und was die Lufthansa-Crew angeht, die fliegen schon morgen, also am Mittwoch, wieder zurück nach Deutschland, diesmal nach München. Und an Bord ist dann das abgelöste Team des Schiffes. Ihr letztes Album kam vor über fünf Jahren heraus. Die Fans, die warten schon voller Spannung auf neue Lieder. Sängerin Adele arbeitet schon fleißig an ihrem neuen Album. Die ersten Songs sind wohl auch schon fertig, aber natürlich noch strengstens geheim. Aber ihre gewohnten Herzschmerztrennungslieder, die könnten diesmal wohl tatsächlich ausbleiben. Laut dem Scheidungsvertrag mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki darf sie nämlich nicht über ihre Beziehung oder die Trennung singen. Besonders um den gemeinsamen Sohn zu schützen, hat sich Adele quasi als Zeichen des Respekts mit Konecki darauf geeinigt. Jetzt sind ihre Fans natürlich noch gespannter, was da jetzt auf sie zukommt. Joe Markler ist ein Star im englischen Rugby und wohl auch bei seiner Familie. Für den fünften Geburtstag seiner kleinen Tochter hat er sich jetzt nämlich voll in Schale geworfen und sich als die Schöne von Die Schöne und das Biest verkleidet. Auf Instagram postet er das Bild mit den Worten Ich fand mich süß, vielleicht lösche ich es aber auch wieder. Ja, hoffentlich nicht, das Outfit, das steht ihm nämlich sehr gut. So, bis gleich bei einem ganz neuen Update von PUSH hier bei KRONE TV. Bis dahin einen schönen Start in den Tag.